Brutaler K.O. beim Mega-Fight. Box-Superstar Joshua erlebt. In einer mit Spannung erwarteten Begegnung musste der britische Boxstar Anthony Joshua einen schmerzhaften Rückschlag hinnehmen. Während des Mega-Fights gegen seinen Herausforderer brach die bis dato positive Serie von Joshua abrupt ab, als er in der siebten Runde brutal ausgeknockt wurde. Die Arena bebte, als der Schiedsrichter den Kampf vorzeitig für beendet erklärte, um Joshua vor weiteren Verletzungen zu schützen. Berichten zufolge waren die ersten Runden des Kampfes von einem intensiven Schlagabtausch geprägt. Joshua, der in der Öffentlichkeit oft als unbesiegbar galt, zeigte sich anfangs in guter Form und konnte einige kraftvolle Treffer landen. Sein Gegner hingegen, der für seine Schnelligkeit und Präzision bekannt ist, schien jedoch gut vorbereitet. Viele Zuschauer stellten während des Kampfes fest, dass Joshua möglicherweise unterschätzt hatte, wie vorbereitet sein Rivale war. Insidern zufolge soll Joshua nach der ersten Hälfte des Kampfes erste Ermüdungserscheinungen gezeigt haben. Sein Trainer hatte immer wieder versucht, ihn durch taktische Anweisungen zur Ruhe zu bringen und das Spiel zu kontrollieren. Doch letztlich gelang es Joshua nicht, sich von der unaufhörlichen Aggressivität seines Gegners zu befreien. In der siebten Runde kam der entscheidende Treffer, ein präziser Kreuzschlag, der Joshua zu Boden schickte. Nach dem vorzeitigen Ende des Kampfes äußerten sich Experten besorgt über Joshuas Zustand. Viele würden sich nun fragen, wie weit der ehemalige Weltmeister bereit sei, sich von diesem Rückschlag zu erholen. Die Community ist geteilter Meinung über seine Zukunft im Boxsport, denn ein solcher K.O. könnte sowohl psychologische als auch physische Konsequenzen nach sich ziehen. Es wird spekuliert, dass Joshua in den kommenden Wochen eine sorgfältige Analyse seiner Strategie vornehmen muss, um zu seiner alten Form zurückzufinden. Joshua selbst äußerte nach dem Kampf, dass er in der Vorbereitung intensiv gearbeitet habe, um besser als je zuvor abzuschneiden. Er bekräftigte, dass solche Niederlagen zum Sport gehörten und man daraus lernen müsse. Viele Fans sind dennoch besorgt und fragen sich, ob dies der Anfang vom Ende für Joshua im Ring sein könnte. Die kommende Zeit wird zeigen, ob er sein Comeback schafft und gestärkt aus dieser tiefen Krise hervorgeht. Die Fans und Experten sind sich einig, dass der Boxsport brutal und unvorhersehbar ist. Ein Sieg kann im Nu in einen Rückschlag umschlagen und ein Boxstar muss stets bereit sein, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Joshua wird in den kommenden Monaten viel Arbeit vor sich haben, um seine Karriere wieder auf die Erfolgsspur zu bringen. Autor Anita Farke, Sonntag, 22. September 24.